Das ist mein kleines Statement zur neuen 90er Spezial und zwar DJ Raw vs. DJ Krieg zwei Vinyllegenden und ich kann nur sagen die beiden im Battle das war absolut fantastisch der einzige Nachteil ich hätte mal gesagt die hätten es schon später spielen sollen aber sonst war es super geil die Leute hatten Spaß ohne Ende auch wenn es nicht so voll war aber trotzdem war es ein geniales Battle das kann man echt wiederholen ich hoffe euch gefällt die Musik die ihr gleich zu hören kriegt aber sonst auf jeden Fall Psycho Devils die haben danach aufgelegt das war noch nie so meins aber die Jungs haben es auch ordentlich ordentlich Gas gegeben ja mit den Masten das ist immer noch am coolsten das finde ich echt cool sich zu verkleiden so in der Hinsicht ich mag ja nun mal auch Kostüme auf jeden Fall die Party kann man echt wiederholen es war echt genial aber die zwei Jungs Entschuldigung Raw vs. Krieg Vinyl Never Die und jetzt viel Spaß euer Elektro Boy Peace nein peace nicht aber ihr wisst dass ich meine Rave On Ab geht's die Leute siek´s bei Das war's. 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 Das war's.